Miyagi hatte einen Song namens Get Up, ich habe es noch nicht gehört, habe es verpasst, tut mir leid. Es gibt auch andere Künstler, die ich mir gerne anschauen möchte. Es gibt auch vieles anderes, vieles an... Es gibt vieles... Es gibt viel Neues, was ich mir auch noch anschauen möchte. Ja, so. Aber Get Up habe ich noch gar nicht gehört. Deshalb... Come on, come on. Könnt ihr mir bitte mal einen Gefallen tun und schreibt mal Miyagi auf Instagram, warum macht er kein Musikvideo? Ja, ich weiß, er ist gerade auf Tour, aber man kann doch ein Musikvideo machen. Verdammte Scheiße. Klub! Klub! Komm, Bruder, komm, 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 Kamera, Bruder, komm. Aber, komm. Komm, die Leute wollen dich auch sehen. Digger, das ist ein Club-Song. Das ist ein Club-Song. Ich bin Raga Love. Ich bin Raga Love. Ich bin Raga Love. Ja, 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 ja. Erinnert mich irgendwie an diesen Song mit Miyagi und Ram Digger. Ja, Moment, ich muss selber nochmal gucken, wie der Song nochmal heißt. I got love. Ja, so ein Club. Song. Hört mal im Hintergrund dieses... Find ich gut, ergänzt du ein bisschen den Song? Ich hab einen Kollegen, der war jetzt auf... ...dem Konzert von Miyagi, äh, Philipp. Und der hat leider keine Fotos gemacht. Lieber Philipp. Was war da los, ja? Hände kaputt, oder was? Wo sind die Fotos? Sonst hätte ich hier ein paar Fotos gezeigt vom Konzert, ja? Geh ab, get up, get up. Big body, love my, get up. Mabill an Hända. Get up, get up. Get up, get up. Shake, get up, get up. Big body, love my, get up. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich auf mein Balkon, ja, und wir haben jetzt gerade in Deutschland 21 Grad, das heißt, das werde ich jetzt gleich auf jeden Fall da hinten in der Anlage anmachen und dann shake, baby, get up, get up, auf dem Balkon, get up, get up, ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, beautiful shit. Tschüss.